So, und gleich mal direkt weiter gefehlt. Ich muss sagen, Part 2. Boah, bin ich blöde gewesen. So, heute ist es mal ein bisschen ernstlicher. Ja, ja. Gamescom 2017. Ich hoffe, das klappt alles. Meine Fehler. Einfach weniger hastig, geduldiger. Aber auch nicht zu lahmarscht. Ach, fuck you. Ernsthaft? Boah, ich und ziehen. Ist nicht wahr. Alter. Alter. Boah, ich wohne. Boah, ich wohne. Boah, ich wohne. Boah, ich wohne. ja 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 ist das lahm arsch ich die verpies dich du vieh so irgendwie so ein vogel fledermaus mischung oder was soll das darstellen so ein optisch und identifizieren mit suizid das war definitiv so jetzt sieht ich habe ihn nicht ermordet wenn ich gerne absichtlich getan hätte so zum beispiel das war der fuk ff7 könnt ihr auf meinem zeitkanal noch mal weitermachen da ist chaos aus meinem zeitkanal das chaos in meinem gehirn das chaos in meinem leben erwischt kaffee im übrigen ich habe gar nicht mitgekriegt dass ich irgendwie drei fünf minzen gesammelt habe mit der schloss im donat land verpisst euch ich mag euch nix so secret exit ok irgendwo oben aufgedutscht jetzt hoffe ich über das leben und raus hier vorsprung ein sprung gesteckt durch die force macht so speichern was schönes sagen uns mal ein paar feuerblumen quark ich brauche Federn für das nächste level und weg damit das war ein kurzer flug ich habe keine angst ich habe schon angst vor kälstern mhm apropos das könnte ich auch vielleicht mal irgendwann spielen hier wird auch irgendwie noch ernsthaft ist das echt alles mag ich mich oder weiß ich hier was ich weiß hier auch bestimmt was ich käm mich doch na du springst jetzt mal nicht so hoch da dann 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 30 mal ein federn sprung okay macht mache ich ja einer so möchte gern zum bauen er spreche weiter Ein Level, in dem man viel fehlen kann. Also eine hohe Chance, dass der Stiefe krepiert, elendig, vorher überhaupt irgendwas realisiert. Äh, buff. Das war dumm. Ich denke mal, es reicht jetzt, Schwung. So. Verfliegen wir mal das Level, so richtig auf die Lame-Tour. Hehehe. Ich habe schon einfach mal eiskalt geopfert. Ja, Yoshi. Fertig aus, mir bist du verloren. Mein Leben. Das tue ich für dich nicht geben. Äh, was soll ich labern? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ein Level noch vor dem Schloss, und dann habe ich schon wieder 10 Minuten. Ach ja, ich hasse es, auf dem Immolater zu fliegen. Ey. Das kann ich viel besser auf dem Original. Da habe ich echt keine Probleme. Flieg, 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 flieg. Hier ist irgendwie merkwürdig. Was ist denn da oben? Warte mal, ist das nicht hier? Ähm. Das war da vorne? Ach, scheiß drauf. Ach, du Wichser. Musstest du jetzt im Weg sein. Fick dich. Aua. Das tat will. Bist viel. Fick dich. Neun Punkt zu. Geh, gut. Jetzt. Ja. Fick, hat der Panzer mir. Hey du, ich will deinen Panzer. So, oben ist versteckt, oder? Bist. Mag ich einfach mal Wände langlaufen können? Ich krieg die Krise. Krieg die Krise mit meinem ganzen Face. Bist. Ihr Lemminge. Jetzt seid ihr euch, ihr Lemminge. Ich schaue jetzt nicht aus. Ich schaue jetzt nicht aus. Ich hab einfach kein Timing-Gefühl. Alter. Ob doch etwas klappt. Wow, 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 wow. Warum ist er nicht gesprungen? Der Fug. Ich hab noch nicht mal da unten gedrückt. Aber schön, dass ich das finde, ja. Und dann den Springer. Ich hasse diesen Restschwung in Mario-Spielen. Und in Super Mario Bros. Für den NES ist es am schlimmsten. Und ich hasse den Xbox-Controller. Ist doch auch noch so ein Punkt. Der hat so ein beschissenes Steu-Kreuz. Wie so ein Billig-Controller. Willst du mich verarschen? Mann. Ich mach dieses blöde verkückte Schloss noch in diesem Part fertig. Mir ist egal, wie lange der Part dadurch wird. Jetzt ist ich sauer. Seelen des Drecks. Fisch. Komm runter. Das war's. Hm. Drecksvieh. Hm. Fähne Abkürzung. Ich lieben würde. Wow. Wow, 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 wow. Äh, fuck. Ui. Ja, leck mich. Natürlich komm ich gar nicht hoch. So, ich wünsche dir an. Und ein schönes Durchgeräte war das dann am Ende. Äh, endlich. Ich bin echt schlecht. Tut mir leid. Mordenskasse. Mordenskasse. Es ist echt eine Wohltat, wenn ich das mal wieder auf dem Original-Controller spielen könnte. Boah. Ich muss mir so einen Super Nintendo Nachbauer, glaube ich, mal besorgen für den PC. So wie schmackig. Lippee. Ich würde dann auch reiht für den N64 und so gelten. Das kostet alles so viel Geld. Oh, leider kann ich keine Dukaten scheißen oder irgendwelches anderes Geld. Das kostet alles so viel Geld. FEDER. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und nun Mario. komm schon ist da irgendwas versteckt da links oder so dass der typ der von oben auf und stampft ich habe versucht zu erwischen und besiegt was ist für den part mal ein bisschen länger aber auch gespeichert guter sehen wir uns das wieder wenn ich kein bild fünf leben habe und juni auch freigeschaltet ja ja das hört aus präzis in tod zu gut als artikel in der höhle ich mag es nicht speichern und ich meine auch noch mal tschüss auf wiedersehen und bis dann 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 dann